aber wenn ihr das ist du bist du bist ein Problem zu tun ich sehe den Namen nicht bewegen der Aftut kommt er noch nicht gesehen wie ich so gern was er nicht geht sehen ja ich stehe auch immer noch hinter der Mühle die ganze Zeit Eriko das war ja peinlich ich hab dich viermal getroffen und immer verfehlt was war denn bei einem heutigen Kopf nein du hast mich nicht getroffen das nicht nie getroffen ich schieße an einem Fall nach vorne um zu schauen was das so abgeht das rechts von dir also auf der rechten Seite sind da die aber ich nicht mehr schade 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 ich treffe aber auch nicht ich sollte weniger Archer spielen habe ich gemerkt ich spiel in der Aufnahme immer Archer ich wechsle eigentlich meistens ab aber in der Aufnahme müssen nein ich hab dich verfehlt Black Crown ich sollte mehr mit den Bartdachs Zeiten ich mache momentan alle tot mit der Bartdachs die Bartdachs ich finde die nicht so toll ja aber das ist sehr komisch mit den anderen Waffen habe heute Nachmittags nichts gerissen außer mit der Bartdachs mit dieser Waffe habe ich auch angefangen mit äh Chivalry ich weiß was ich ja ja wenn das nicht der Jericho ist dass ich hier anschleichen will aber wir brauchen die hier oben hier die Ruhe ja bei uns aber wenn wir dann auch an ich darfst du das ich weiß ja nicht wie ich bin und die Hälfte an sie lässt die Drogen was er so soll jetzt bin ich allein vor mir selbst in drei Worte bis zu den Händen aber noch nicht der LB 3 am Morgen bis zu den Händen aber da kommt er kommt es geht immer weg vom Katapult nein nein komm lass ihn dran wenn er noch mal die Mordel ich habe nicht getroffen der Bruch aus zu sagen Einergegen Zeltik hatte denn sonst so Saturo, jetzt sehe ich deinen Namen Jetzt siehst du mein, ah ja Was, nein, ich hab mich vergessen aus Gronk Dingens wegzugehen, jetzt kommt hier irgend so etwas Was? Aus dem Ding Ja, ist euch das auch schon aufgefallen, die Idioten, die immer schreiben Ne, ich bin aus der Schweiz, ich bin auch aus der Schweiz Oh, du Schweizer hier Ja, für dies nicht nicht checken Wenn ihr auf den Link klickt, steht oben MyVideo.ch für die Schweizer Ja, und für die Deutschen.de, deshalb sind immer nur alle Und für die Österreicher, Aten Ja, genau, und deshalb müsst ihr euch nicht wundern, wenn immer nur solcher aus eurem Land da sind Ja, das schweiz Weil, ja, echt Ah, der Index hatte ich gerade hier Österreicher Also ich bin auch Österreicher, wo genau kommst du, du bist Österreich Oh cool, da komm ich auch her Ist das sowas von ein Zufall? Ja, echt Oh, nur Österreicher hier, wie seltsam Ich dachte, das sind vielmehr Deutsche Doch, Dost Aufmerksamkeitsschubende Komm, ich treffe den Dreck, sagt nicht da vorne Ah, ah, bewegt er sich, ok, der hat's gemerkt, irgendwie Hey, kann ja mal, kannst du Dost wegmachen, Jericho? Wieso, wo ist Dost denn? Nein, kann er nicht Dost, ich sehe dich gar nicht mehr, irgendwie Wo wissen du? Da war Liste Gabo ist da Ah, an der Walliste? Wer ist hier? Gabo? Achso, Gabo! Hey, war Gabo nicht gestern... Jericho, hör auf zu reden, ich bin genau hinter dir Wieso, wieso bist du nicht gestorben nach dem ersten... Und schon wieder ein Gratis-Kill Und schon wieder ein Gratis-Kill Das Gratis-Kill, aber ich hab fast... äh, dann die... Ja, Rost weggemacht Ich musste nur einmal mit dem Schwerk schlagen War... 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 war gestern nicht auch in Team-Speak? Ja, ganz kurz am Abend, aber nicht in der Aufnahme Achso... so... Ich muss sagen... Ich geh den Wagen pushen Ja, gut, 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 dann muss ich glaube ich... Da hab ich verpestigt Wenn ich da bin... So, warte mal da, und ich schicke dir ein Pfeil... Ich schicke dir ein Pfeil in den Arsch... Jericho... ui, okay, geht nicht Scheiß, jetzt muss ich nach vorne Ich glaube, ich muss die... 111 Noch einen halben Meter, Leute Seht ihr meine Statistik? 111, ja? Ja... Also... Ich würde gerne mal eine Null-Statistik haben, aber... Ne, ich will nicht... ich will jetzt nicht 111 haben 204, der Einzige, der mich gekillt hat 2 noch schön Das 165 Bitches 165 Sehr schönjährig hoch Wo hab ich viel Nahkampfe, Kämpfe wie hier Ich hab eine... So, ne, das ist... Ich sehe hier gerade nach vorne Und muss sagen, das sind Viel zu viele rote Nahkämpfer Orten uns alle etwas gehört Fucky, ich treff die nicht Ich versuche eben einen Headshot zu machen Weil sonst ist er nicht beim ersten Schuss tot Hat Jared nicht meine 30-0-Statistik gehabt? Doch... Ich kenne mal eine 50 Bei... Aber bei was? Bei Capture the Flag? Nein Bei Capture the Flag habe ich irgendwie Ich weiß nicht mehr, 26 zu 3 Müt' ich's schauen bei Rumpel Ja, bei Capture the Flag, wenn du nämlich Einfach verteidigst, dann ist es nicht so schwer Weil... Wenn du ein bisschen Glück hast, komm einfach Die ganze Zeit, Managed Arms zu dir gerannt Und versuchen die Flagge zu holen Was ist dann nicht so schwer Nein! Eine gute Statistik zu haben Ah, Gabo hat übrigens vorhin geschrieben Dass er am Wochenende vielleicht kommt Geht leider nicht am Weekend Ja eben geht leider nicht am Weekend kommt er Nein, das habe ich ja Ostweg gemacht Was hat der geschrieben? Nee, geht leider nicht am Weekend Ja eben Das ist Weekend jetzt schon, weißt du? Da ist die Zentimeter oder so Also ist jetzt schon Weekend oder was? Ja, weil Freitagabend Das ist eigentlich schon Weekend Weil man nicht mehr arbeiten muss Also beim Nachladen erwischt, so wäre das auch bitter Was beim Nachladen? Vor ich verreckt, dann habe ich noch 3 mitgenommen Aber deshalb spiele ich auch keine Armbrust eigentlich Aber wenn ich schon treffe, dann will ich auch Schaden raushauen Ja eben, aber der Wabo ist auch ziemlich nice Der Wabo ist genial Și- Skype- cave O-Mushy's back Ich hab dir genau den Kill gesehen Man hat ihn genau noch gesehen, Saturos Jetzt hat er mich erwischt Ich habe ihn vorhin eben erwischt Ich hab ihn vorhin erwischt Jürgen 1 expose Bogen Ah ja, genau Komm ich anfangen, jetzt Ich mach jetzt Ich mach jetzt Ich mach jetzt Nials sie sind ich mache jetzt echt neid und versuch aber dann ist es nicht bei mir und nur Gott bringt mich um da haben du bist so fällt in der Fall zu verdammt weil die zulässige an dieser Stelle bei Minuten das wird schwer ab von hinten der Archer der hat so ein Glück ich sag's euch Blackron ich hab dich getroffen schön aber ich lende immer durch getroffen den Headshot ich sag's euch Leute aber ich bin den letzten Bogen dass du Celestial wegmachen willst die letzte Armbrust die finde ich recht geil die letzte Armbrust aber die dauert noch länger um zu nachzuladen ja aber einmal den Oberkörper treffen und schon mehr als die Hälfte weg was ist mit Black Crown ja mit dem Wabo auch ich hab dich getroffen bei der Brücke herum Wabo brauchst du auch aber er wird so knapp zu tun dass er ich weiß das vor ist in einer ich treffe ich schon ich habe angefangen und der Wurde schaffen wir noch Leute kommt Celtic 300 jetzt reicht sie alle vorweg gemacht so wird es auch noch ein bisschen Prozent ich habe angefangen im Nahkampf mit dem Bogen auf den Kopf zu schießen das das sind sie Nein auch die ähm die Gäste gleich tut ein Meter vor dem Keiler Waffen Leute das muss nur noch angestuppst werden das scheiß Ding muss nur noch angestuppst werden äh Kenner so komm ich kleine Muschi ich hole ich jetzt Nein ich block den Schuss Saturas ich block den Schuss Nein Nein ich was ich schieß gar nicht auf den ich bin ach ne ich kann fuck jetzt häng ich fest so ich hab jetzt gerade drei Leute aufgehauen 1 finish oh geblockt noch ihr hattet so viel Zeit Leute ich war fast ich war fast ich war fast ich war fast die letzten Meter du schaffst oh wer ist denn jetzt gegangen wer hat den Channel gelieft gelieft ehrener Index 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 ah ja genau Index war ja auch ab kurz ja genau ich unterbreche die Aufnahmen und mach bei der nächsten Team Mission weiter bis dann Freunde Tschüss x tschüss du j j ges j j jak j